Darf ich vorstellen? Akademie Raddi. Es gibt einen Herrn Josef Raddi, das ist ein von mir sehr geschätzter, aber nicht nur von mir, sondern von vielen, vielen anderen geschätzter Kollege. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit ihm in eine Reihe stellen darf. Er hat auch Videos zu hören, Mathematik und Physik gemacht, wunderbar, also ganz tolle Sachen. Und ich möchte ihn einfach deswegen vorstellen, weil besser kann ich es gar nicht ausdrücken. Anlass war heute, aber bevor ich dazu komme, ich möchte nochmal auf die Links hier hinweisen. Hier oben erscheinen immer Links, also da verlinke ich auf seinen Kanal, beziehungsweise ich verlinke zu tiefer gehendem Wissen oder was auch immer. Beachtet das immer, dann das hilft weiter, da bleibt dieses Video hier stehen. Also zurück zu ihm. Er hat ein wunderschönes, eines seiner vielen wunderschönen, zum Thema Klimalüge gemacht, ein wunderschönes Video. Sucht einfach auf seinem Kanal mal dieses Video. Na klar, er macht jetzt noch mehr Mathematik und so weiter und so fort, aber er streut immer wieder herrliche und man hört ihn richtig zwinkern, sage ich gerne. Er streut immer herrliche Bemerkungen mit ein und er hat eine Art zu erklären. Vielleicht gefällt euch die ja besser und ihr schwenkt um auf seinen Kanal. Habe ich nichts dagegen, ich fände es nur richtig und gut. Genauso erklärt er in seiner Rubrik English for Germans, wieder mit Augenzwinkern in der Stimme, viele politische Sachverhalte. Leute, es lohnt sich, es lohnt sich rein aus fachlicherseits, also Mathe und Physik, bei ihm anzuschauen, genauso zu diesen Themen. Jetzt müssten gleich die Links zum Schluss erscheinen, also geht mal hin, guckt mal, abonniert ihn. Achso, was ihr noch merken werdet, er hat seine Abonnenten und so weiter ausgeschaltet, ich weiß jetzt nicht warum. Er hat ähnliche Zugriffszahlen wie ich und ähnliche Abonnentenzahlen zuletzt gehabt wie ich. Ich glaube, vielleicht ein paar tausend mehr. Gut, also Schluss jetzt. Guckt schön, ich wünsche euch was Schönes, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss.